Herzlich willkommen zu einem Kiel-Pod Video mit spektakulären Bildern davon, was so eine Windböe mit einem Kreuzfahrtschiff machen kann. Vielen Dank an Kielmonitor.de, dass ich diese Videobilder nutzen kann. Das ist nämlich eine Zeitrafferaufnahme von einer Webcam, die sich auf der Nikolaikirche in Kiel befindet. Vorne rechts sieht man auch noch die Reste der Nikolaikirche und dahinter, das ist der Kieler Hafen, die Kieler Förde. Rechts, da sieht man zum Beispiel HDW, die Werft. Und das hier ist zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff, um das es heute nicht geht. Das ist ein etwas kleineres, nämlich die Aida Cara. Und rechts davon, das ist nicht nur unser Kieler Schloss, muss man allerdings auch wissen, dass es eins ist. Und davor das große Weiße, das ist die MSC Poesia. Und die wird gleich, sagen wir mal so, mit einer Windböe ein paar Probleme bekommen. Mal ein paar Hintergründe, was denn das für ein Schiff ist. Nämlich die MSC Poesia ist fast 300 Meter lang, 293,80 genauer gesagt, ist 32,2 Meter breit und kann immerhin über 3000 Passiere beherrmarken. Besatzung ist knapp 1000 und das, worum es geht, das sehen wir hier bei der Poesia. Das ist nämlich diese Vertauung, die sich unter anderem hinten und vorne am Schiff befindet. Und da werden wir gleich sehen, dass die auch nicht für alles allem Anschein nach entsprechend ausgestattet ist. So, damit sind wir jetzt wieder in den Zeitrafferaufnahmen von Kielmonitor.de. Das, was da gerade schnell vorbeiflitzte, das ist die Fähre nach Oslo, nämlich von der Colorline. Und dahinter kam noch so ein kleineres Kreuzfahrtschiff. Und wir sehen hier schon, es zieht zu. An diesem Samstag, den 15. Juni, war das irgendwie so ein wechselhaftes Wetter. Morgen Sonne. Ja, und dann kam eben so ein kleines Gewitter mit Schauern, wie wir hier auch sehen. Und eben auch ziemlichem Sturm zwischendurch. Entsprechende Böen. Und die haben nämlich zu folgendem geführt. Da sehen wir, wie die MSC Poesia sich plötzlich losriss und dann musste sie mühsam erstmal wieder von der Crew eingefangen werden und an die Pier zurück manövriert werden. Da sehen wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen verlangsamt. Hier löst sie sich. Da reißt sie sich los und es braucht dann auch ein bisschen, bis die Motoren natürlich entsprechend gestartet werden, die Maschinen dann auch wieder anfahren können. Dafür war sie ja nicht ausgelegt in dem Moment. Sie lag da ja zum Ein- und Aussteigen. Und da sah man gerade eben auch, sie ist ungefähr so lang, fast wie die Förde breit ist. Zum Glück scheint wohl niemandem was passiert zu sein. Taue sind gerissen. So hieß es dann auch in der Presse. Jetzt sehen wir es nochmal noch langsamer. Wieder einmal die entsprechende Unwetterfront rüberzieht, aber eben auch die MSC Poesia dann quer liegt und jetzt die Motoren dann gestartet werden. Das dürfte auch ein ziemlicher Schock für die Crew an Bord gewesen sein. Wer weiß, ob gerade der Käpt'n überhaupt dort auf der Brücke war, beziehungsweise man kann ja auch nicht einfach mal so einen Knopf drücken und mal das Lenkrad in die Hand nehmen und so ein Schiff dann mal schnell wieder da zurückzufahren. Sondern da muss ja auch bestimmte Vorkehrungen und bestimmte Mechanismen dann ins Gang gesetzt werden, damit das dann überhaupt dann so schnell wieder passiert. Normalerweise lässt man sich ja auch ein bisschen mehr Zeit mit dem Ablegen. Ja, Ablegen ist auch das Stichwort. Da sehen wir jetzt, wie die Aida rückwärts raus und dann, das ist allerdings gewollt, vorne dann dreht und dann wird auch das Wetter wieder schöner. Glück war wahrscheinlich auch, dass man mehr oder weniger mit dem Ein- und Auschecken, beziehungsweise rein und raus auf dem Kreuzfahrtschiff dann auch schon durchfährt. Da sehen wir nämlich, wie sie ablegt und wie sie Kiel dann verlässt und das fast schon wieder im strahlenden Sonnenschein. Das war es dann auch für heute. Vielen Dank nochmal an kielmonitor.de, dass ich diese Bilder hier verwenden durfte und dann bis zum nächsten Mal beim Kiel-Pod auf kielpod.de und bei 101,2 Megahertz bei Kiel FM. Bis dahin alles Gute, sagt euer und ihr Kaulius und Tschüss.